Hallo liebe Freunde und Freundinnen, ja, ist das bei euch also, manno, es heißt immer nur Mogli aus, Mogli aus. Gehst du da weg? Was machst du dann da wieder? Ja, hallo, wie soll ich denn alles kennenlernen, wenn ich nichts machen darf? Ja, ich muss ja alles testen, verstehe, ich muss ja alles ausprobieren. Ja, und ganz besonders muss ich testen Schnürsenkels und Leines und überhaupt alles, was geschnürtes ist. Aha, und am Sessel hatte ich auch so ein Schnürli gefunden. Mann, mit dem konnte ich ganz weit laufen, ja. Hat meine Fräulienchen gesagt, was machst du denn, du machst ja den ganzen Bezug. Was für Bezug? Was ist denn das? Bezug? Ja, so ein Quatsch. Mann, was die schwätze, hat halt eine Art Versuch, mit Merlin darüber zu schwätzen, der hat sich gekringelt, voller Irr. Ist auch nicht gerade die Hilfe, ne? Ja, will ich mal sagen. Also Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, ne? Ja, ja, hat ein Eierspaß. Also ich suche mir was anderes. Und, und, und da kann dir jetzt noch so viel ausschauen. Ja, bis dann, Freunde. Tschüss, euer Wogli von der weißen Socke.